Recht herzlich willkommen zur 70. Folge von Aborion. Ja, wir sind in einem anderen Sektor gelandet, um zu gucken, was hier so los ist. Ja, und ich bin jetzt eigentlich gewillt, eigentlich schnell noch ein bisschen rumzugucken, ob wir nicht hier noch einen Ausrüstungs-Dock, so schnell finden, wie es geht. Südwest ist egal, oder? Südwest? Südwest passt. Erst fliegen wir da mal schnell hin und gucken, dass wir vielleicht noch einen Ausrüstungs-Dock kriegen und nicht nur irgendwelche Kaffee-Farm, weil das macht ja schon Sinn, wenn wir hier irgendwo schicke Laser kriegen, oder? Also eher Bergbaulaser. So, da sind wir drin und hoffen, dass wir da was entdecken und wenn wir Glück haben, können wir da auch was kaufen, aber das ist die Frage. Wir sind neutral mit denen. Vielleicht geht der eine oder andere Bergbaulaser, weiß ich nicht. Ausrüstungs-Dock, da ist es. Schauen wir mal schnell rein. Güter handeln. Ne, Güter handeln war verkehrt. Ausrüstung handeln. Laut unseren Unterlagen dürfen wir keine Geschäfte mit denen machen. Leider geht das nicht. Ja, da müssen wir die Fraktionen verbessern, ne? Ist klar. Ja, okay. Hier gibt es jetzt auch nichts Besonderes. Aber wenn wir schon hier sind, vielleicht können wir irgendwie in Handeln, Güter handeln. Kaufen und dann verkaufen, oder was machen wir da? Gefährliche Waren, Sprengköpfe, Werkzeuge. Das ist das, ja. Unser Handelssystem bringt uns das was hier. Handelssystem ist gar nicht dran, aber wie sehe ich das? Systeme. Herbbausystem, da ist das Handelssystem, Hightech-Handelssystem. C43-Detektor, Radar-Upgrade. Was nehmen wir raus? Ja, 1, C43-Detektor nehmen wir gerade mal vorgegend raus und machen das Handelssystem rein. Treffen ist Pflicht, ne? Okay, keine Ahnung, das Rundeck besuchen wir mehr Sektoren. Altmetall, Vorrat. Hier ist schick, wie teuer das ist, ne? Machen wir jetzt hier Verluste bei den Prozenten, oder machen wir dann Plus? Das ist jetzt die Frage, ne? Wo fliegen wir hin? Nach hier unten noch. Was ist denn das? Casino, okay. Ein Würfel, alles klar. Wo ist ein Tor? Nordost, Südwest, Südost. Das ist da das Tor. Gut, dann fliegen wir da noch schnell hin. Gucken wir da mal durch, will ich noch wissen, was dahinter ist. Müssen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen. Waffenfabrik, Zulieferer, Waffenfabrik. Können wir hier Waffen bauen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja. Geht auch nicht. So. Handelssystem. Sagt jetzt was. Wir könnten einen Handelsposten Holzfarm gewinnen. 1,07. Ist das hier im Sektor dann? Will. Und dann zum Handelsposten bringen. Will, 178, der Handelsposten. Okay, das ist hier. Fliegen wir gerade hin, oder? Ist ja kein Ding. Okay. Gucken wir mal, dass wir an den Docking-Porten mal dran kommen. So, was sagt unser Handelssystem, 167? Wird das richtig, oder? Geht jetzt nicht. Also nochmal das Ganze. 178 war es, okay. Handelsübersicht. Ah, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja, toll. Jetzt haben wir schon gleich verschlechtert hier. Komm, das machen wir jetzt so. Wo ist die Holzhütte? So, gedockt sind wir noch. Güter handeln. Holz. 179. Kaufen. Gut. Handelsposten. Ist da. Halt, stopp, ey. Ist jetzt aber nicht irgendwo im Nirvana da, ne? Wo ist der? Da? Geht wohl. Dann fliegen wir da mal hin. Da hin. Und jumpen wir da gerade. Das war jetzt Sektor über Sektor. Das ist schon mal cool, oder? Das ist schon mal cool, oder? Das ist schon mal cool, oder? Handelsposten ausrufen, äh, aussuchen. Ist nur einer, ne? Fliegen wir hin. War jetzt der, ne? Wo ist der Docking-Port? Hier. Ja, schade. Ich wollte eigentlich nur den Traktorstrahl benutzen, aber bevor der Traktorstrahl angezeigt wurde, war erstmal das Möbel dran, ne? Äh, güter handeln, verkaufen. Wo ist das Holz? Äh. Habe ich jetzt was verpasst? Ne, ne? Hier gibt's keine zweite Seite, oder was? Habe ich jetzt kein Holz gekauft gerade eben? Hey, das kann ja jetzt nicht wahr sein, oder? Doch, da ist es doch. 179 haben wir gekauft. Wieso kann ich hier jetzt kein Holz verkaufen? Ich bin noch nicht angedockt. So, jetzt schwarzes Brett, Sauerstoff. War's nicht. Güter handeln ist richtig. Hier gibt's keine Holz... Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Ah, da geht's auch noch... Ne, da komme ich da hin. Wo kann ich denn bitte schön verkaufen? Holz. Ist das ein Bug, oder was? Das ist die Dockingstation, die Station hier. Er sagt mir, dass da... Ja, ich könnte das... Was ist hier los? Hier ist mein Holz. Ja, schade, ne? Irgendwie ist es Buggy, oder was? Oder liegt's wieder dran, dass ich nicht handeln darf? Scrollen geht hier nicht. Halbleiter, wo ist es Holz? Du, nix. Liefere einer von 20 Minuten, 56 Staufe um eine nahegelegene Station. Du brauchst 6.000 Frauen, du musst eine Anzahlung von 3.000 Dollar machen, die dir reif fällt. Ja, gut. Tja, könnte ich machen, ne? Würde dann die Reputation hier auch verbessern, aber was mich jetzt total ärgert, ist das mit dem Holz, dass es nicht geht. Habe ich irgendwas verpasst, ist das mit dem Holz, das ist ja richtig ärgerlich, oder? War nur der Dockingport der falsche, oder was? Nein, ist er nicht, und ich kann aber auch nicht hier weiter blättern, weitere Seiten gibt's hier nicht. Das ist hier richtig doof, oder? Fracht auswerfen könnte ich machen, ja super. Schrott aufsammeln, gestohlene Güter sammeln, quellige Güter sammeln und illegale Güter sammeln, okay, das kann man alles machen, sehr schön. Ja, schade, ich habe Holz gekauft und das bringt mich jetzt nicht weiter, auch cool, oder? Ja, da ist was buggy, würde ich mal sagen, ne? Das ist richtig ärgerlich. Und eigentlich wollte ich jetzt hier schick was kriegen, ne? Ah, Ausrüstungs-Dock bringt mich ja hier auch nicht weiter. Ja, und das Handelssystem sagt mir jetzt, als einziges ist es nur diese eine Route, ne? Was anderes gibt's hier noch nicht. Ja, hier geht der Pfeil unten, ne? Was kann ich hier verkaufen? Halbleiter, aber kein Holz, okay. Gut. Sehr schade, Piraten greifenden Sektoren. Ich glaube, wir sollten schnellstens gucken, dass wir hier das weiter kriegen. Okay, das war ganz schlecht. 3000 verschlechtert. So, mal ganz schnell Dingens hier. Da hinspringen. Ausrichten. Ich habe eben schon den Strahl da gesehen, ne? Das hat schon gereicht. So, weg hier. Zack. Zum Tor hin und er soll wieder zurück. Das ist hier nichts für uns, würde ich sagen. Können wir uns hier reparieren? Ja. Gut. Äh, wo ist das Tor? Die sind alle hier ganz aufgeregt, oder wie sehe ich das? Ich sehe es noch nicht. Wo flickert's? Da. Gut, hier haben wir nichts verloren, würde ich erstmal sagen. Da müssen wir gucken, dass wir nächstes Mal nie so weit fliegen, um irgend sowas zu tun. Okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch keinen Aufbau habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.